Hallo und willkommen zurück meine lieben Freunde zu Nino Kuni und ich habe mich mal erkundigt, also beziehungsweise ich habe mir mal genau hingeschaut das was wir suchen ist im Lösungsbuch erst abgedruckt, wenn das Schiff nicht mehr da ist das Schiff ist im Lösungsbuch auf dem Bild wo man den Magier sieht, nämlich da oben, da wo jetzt quasi Olivers Kopf ist da soll er dann stehen, aber ja, schlecht ne, wenn das Schiff noch da ist und im Lösungsbuch nicht naja, mal sehen, entweder er ist dann irgendwann da und ich habe alles richtig gemacht oder er ist irgendwann nicht da und ich habe es irgendwie verkackt, warum auch immer verdammt nochmal, ich habe doch gesagt, ihr seid mich in Ruhe lassen verflixt man, langsam geht er mir echt auf den Senkel, bringen wir es hinter uns, ok Olli ja, schenken wir dem einfach mal ein bisschen Zurückhaltung und was hast du mit mir eingestellt alter, ich mache jetzt voll Stress, alter was hat was hat so 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 Oh, das ist notwendig. Oh. Was ist es notwendig? Was ist es notwendig? Wenn du mit dem Gehäbäuer erzählst, kannst du dir das? Was ist das? Das ist das... Das ist das Gehäbäuer. Das ist das Gehäbäuer. Das ist das Gehäbäuer. Das ist das Gehäbäuer. Hey. Was hast du jetzt gesagt? Das Gehäbäuer ist das Gehäbäuer. Was ist das Gehäbäuer? um einen großen Gehäbäuer. Oh, ich hab gesagt. Ich bin wieder. Die Gehäbäuer. Woh. 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 Was ist das Gehäbäuer? Was ist das Gehäbäuer? Ja. Ich werde das Gehäbäuer. Sie ist das Gehäbäuer? Das ist nicht so, was ich? Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Oliver hat mein Vater, Sollon. Und ich auch. Sollon? Was? Sollon? Sollon ist jetzt mit dem Jabau zu kämpfen? Sollon? Sollon? Sollon ist wirklich. Soll ich. Ich habe mich nur gebetet, weil ich mich nicht verletze. Ich habe mich nicht verletzt. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Aber ich werde mich nicht verletzen können. Wie kann ich ihn? Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich nicht verletzen, dass ich nicht immer noch einen Be Montgomery verletzen werde. Mann, Sie haben immer noch eine nachvollziehbarkeit. Oh, weil wir uns gerade vorstellen. Komm raus, Junge. Das ist mein Vertrauter. Wow, du hast einen Vertrauten? Du hast ihn doch nicht gestohlen, oder? Nein, habe ich nicht. Vielen Dank auch. Er ist mein Vertrauter und zwar völlig legal. Und haut ganz schön rein, das kann ich dir sagen. Naja. Ich bin nicht so überzeugt von dem, aber okay. Wenn er es sagt. Hm, irgendwas in diesem Sven gefällt mir nicht so richtig. Er verbirgt etwas. Aber es wird bestimmt toll, einen weiteren Freund auf unserer Reise dabei zu haben. Vor allem mit irgendwas. Hab ich gerade weggeklickt, sorry. Ähm, hell? Ich bin nicht bloß eine Dumpfbacke mit einem Vertrauten, ja? Die wäre es, wenn ich euch zeige, was ich sonst noch so drauf habe, da er nicht viel von mir zu halten scheint. Aha, genau das, was wir brauchen. Diese Truhe ist perfekt. Hallo, bewegt dich ein bisschen näher an die Truhe dort drüben heran, ja? Sag mir Bescheid, sobald du sie klar und deutlich sehen kannst. Jetzt. Ich zeige euch etwas, das euch beim Hocker hauen wird. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Naja. Ihr seid möglichst nah ran laufen. Ähm. Macht euch doch etwas gefasst, Kinder. Hehe, seht ja. Auch wenn er es niemals gesagt hat im Japanischen, aber naja. Gut, hör zu. Siehst du, wie weit ich von der Truhe weg bin? Ziemlich weit, nicht? Und du denkst bestimmt, ich komme nie im Leben, äh, dass ich sie nie im Leben erreichen kann, oder? Nun ja, da kommt meine Räuberpistole ins Spiel. Ich benutze einfach R, um das T auszuwählen und drücke dann X, um zu schießen. Ganz einfach, oder? Das schöne an Schatzthronen ist, dass man sie nie wegrennen. Äh, dass sie nie wegrennen, ohne irgendwas dazu zu wissen. Die sind, wie man in unserem Gewerbe sagt, wehrlose Opfer. Also dann. Wird schon schiefgehen. Kurz anvisieren, irgendwie so. Und wir haben einen Feuerschleuderstein. Yippie, yay, yay. Okay, super. Nicht schlecht, was? Ich muss nicht am Schloss rumfummeln und mir die Hände schmutzig machen. Die wahren Profis nehmen ihre Beute aus sichere Entfernung ins Visier und stoppen sie sich, indem sie einfach den Abzug drücken. Und was für Profis wären das? Ach, jetzt sei denn nicht so ein Tugendbold. Ja, äh, okay. Äh, er wird uns sicher ziemlich nützlich sein. Freunde, wir setzen bald die Segel. Alle an Bord. Jawohl, Herr Käpt'n. Kommt schon, es geht los. Okay. Ähm, ihr bleibt nicht langer in einem Ort, was? Na schön, auf geht's. Schick, endlich werde ich das Meer sehen. Du stehst genau davor, du Vollfrosten. Okay. Ja gut, nehmen wir erstmal das Herz hier noch mit, soll mir recht sein. Bla 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 bla. Zurückhaltung bla 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 bla. Mhm, aha. Ähm, wir wollen jetzt noch eine Truhe holen. Und zwar ist die, ja, ziemlich am Anfang des, des Dorfs, der Stadt, je nachdem. Eher des Dorfs. Und zwar... Tü, 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 tü. Weiter zurück, weiter zurück. Ähm. Ich muss erst mal überlegen. Äh. Ich muss es mal von hier anvisieren oder von hier. Die Truhe da. Genau. Äh. Äh. Ein Blütenküschlein. Yippie, was für eine Mega-Belohnung. Okay. Und mehr dürfte ja auch gar nichts zu tun sein. Äh. Drei Aufträge. Das sind die drei, die wir noch offen haben. Und der Hauptauftrag. Das ist ganz okay. Mein Mana ist aber, glaube ich, noch leer, ne? Jo, das füllen wir erst mal kurz auf. Geh da mal aus dem Weg, du fettes Schwein. So. Ja, ja. Fortschritt speichern. Ähm. Und dann gehen wir auf das Schiff, würde ich sagen. Wir haben soweit alles. Tü, tü, tü. Ach ja, ist immer schön, wenn man eine Stadt verlassen kann und alles schon gemacht hat. Wobei, nicht ganz alles. Müssen wir mal hierher zurück, früher oder später. Aber, dazu später mehr. Warte mal, Mann. Willst du jetzt gleich ein Boot? Bist du denn wirklich schon bereit? Eine Seereise darf nicht auf die leichte Schulter nehmen, weißt du? Frag nur mal meinen Onkel Dai. Was meinst du damit? Naja, das ist verdammt gefährlich, nicht wahr? Soll das tipptopp in Form sein. Und gut gewappnet sein. Daran sein zu viel. Bevor wir zu den Herbstlanden segeln. Oh, da hast du wohl recht. Ja, wie auch immer. Man kann aber jederzeit wieder ein Boot gehen, äh, von Boot gehen. Von daher ist das total sinnlos, dieser Tipp. Und... Und... Das war's für ein Aufmerksamkeit. Die Kategorie ist los, der sich in den Tuch ist. Also haben wir, was auch hier in den Tuch ist. Das ist die Kategorie. Das ist die Kategorie. Soll es der Kategorie. Das war's! Gehe, Gehe, Gehe! Gehe, Gehe, Gehe! Gehe, 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 Gehe! Gehe, Gehe, Gehe! Gehe, Gehe, Gehe! 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 Wenn du wieder auf die hohe See hinaus willst, dann nähere dich dem Schiff und drücke X, um ein Boot zu gehen. Unser Ziel ist der Fernekontinent der Herbstlande notöstlich von hier. Du wirst dort Schweinfurt finden. Wenn du auf hohe See die Orientierung verlieren solltest, wird dich die Weltkarte als, äh, als nützlich erweisen. Wird sich, hab dich gelesen, glaub ich. Drücke an Boot der See-Q-R1, um sie aufzurufen. Wenn du nicht an Boot des Schiffes bist, kannst du mit R1 die Umgebungskarte aufrufen und dann Dreieck drücken. Verfügst du über solch eine Karte, kannst du keine Ausrede mehr, äh, hast du keine Ausrede mehr, wenn du dich först. Yay, die Weltkarte. Wird ja auch Zeit. So, und zwar will ich erstmal kurz an Land gehen. Man kann übrigens nicht mehr eine Laguna jetzt anlegen. Man muss immer erst hier hin und dann, so, und dann kann man hier quasi zurücklaufen. Jetzt hoffe ich mal, dass der Hurraze da ist. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen heißt, aber im Englischen Hurraze. Von Weitem sehe ich nicht. Ich hoffe mal, von nahen erscheint er irgendwann. Ich bin nämlich echt überfragt, wenn er da gewesen sein soll. Doch, da ist er. Großartig. Ja, ja, das sind so diese kleinen Feinheiten, ne? So. Ähm, hier müssen wir natürlich einen Zauber anwenden. Nämlich, äh, Medium. Sonst können wir nicht mit dem Kollegen reden. Oli, da bist du ja. Horatio, stimmt. Ähm, du hast die Wüste also durchquert. Aber was hast du da an? Du siehst ja lächerlich aus. Ja, also, wir hatten eigentlich gar keine Wahlen. Laguna muss jeder Badesachen tragen. Ah, baden. Ich war immer gerne im Wasser. Leider ist es nicht dasselbe, wenn man ein Geist ist. Man wird ja nicht einmal nass. Mann, oh Mann, das tut mir leid. Haha, mach dir keine Sorgen um mich, Oli. Mein Geist sein hat auch viele gute Seiten. Hm, kommt mir das nur so vor, oder hast du die Prüfung abgelegt? Hä, abgelegt? Er hat sie nicht abgelegt, Kurze. Er hat sie bestanden. Und zwar mit Bravo, verflixt noch eins. Ach, wirklich? Das ist ja toll. Hurra, und sobald sie ihn auch den Zeitlosen nennen, können wir uns wieder unterhalten. So höflich wie eh und je, du oller Angeber. Wie dem auch sei, du scheinst auf den besten Wegen zu sein, ein Weiser zu werden, Oli. Du schütierst sicher fleißig Natska, nehme ich an. Das ist übrigens die Sprache, also die Schriftart hier in dem Spiel. Äh, Nass was? Er hat Nasska gesagt. Das ist eine Sprache, die die Menschen vor langer Zeit gesprochen haben. In deinem magischen Begleiter findest du ein paar Beispiele. Na sowas, du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst, Knurps. Ja, der allererste magische Begleiter war vollständig in Nasska-Schrift verfasst. Und auch in modernen Ausgaben wie deiner ist noch ein paar pro Stück enthalten. Deshalb verfügt jedes Exemplar über eine Erklärung des Nasska-Alphabets. Wow, das ist echt dufter. Ich freue mich, dass du das so siehst, Oli. Denn ich habe ein besonderes Rätsel für dich vorbereitet. Eines, das dein Nasska-Verständnis auf die Probe stellt. Öffne jetzt den magischen Begleiter und schlag die Seite mit dem Titel Das Handwerkszeug der Zauberzunft auf. Wenn du genau hinsiehst... Das Schiffrecht war jetzt ein bisschen fähig, finde ich. Na gut. Äh, wirst du dort ein paar Symbole der ohralten Nasska-Schrift entdecken. Deine Aufgabe ist es, sie zu entziffern. Sag mir Bescheid, sobald du es geschafft hast. So, das Rätsel ist eigentlich prinzipiell relativ einfach. Ähm, und zwar wollen wir auf Seite Nummer... Ne, nicht hier. Buchanfang, Seite Nummer 13 gehen. Das ist die hier. Dann muss man nicht das übersetzen, was der sagt. Also nicht das da, was man meinen könne, sondern der will das hier wissen. Etwas undeutlich, aber hier erkennt man halt diese... Auf diesen Gürtel, sag ich mal, auf diesen Bund, erkennt man ein paar Schriftzeichen. Die sollte man sich am besten abkopieren, also ein Screenshot machen oder so. Wenn ihr es jetzt selber übersetzen wollt, dann solltet ihr jetzt die nächsten drei Minuten einfach überspringen. Das heißt, die Folge abbrechen, denn ich mach auch nichts anderes mehr an dieser Folge. Ähm, ja, einfach abkopieren und dann müsst ihr das Ganze übersetzen. Könnt ihr halt hier ein Natzke-Alphabet machen. Und dann kommt heraus... Ähm, von oben nach unten gelesen. Moment. Nicht erschrecken, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage. Fotzrelde. Kommt da raus. Muss man jetzt nur noch rückwärts lesen. Das ergibt dann Edlerstoff. Also von unten nach oben muss man das Ganze lesen. Edlerstoff. Und das müssen wir dem jetzt ganz, dem hier einfach mal so sagen. Hallo. Hast du dir die Seite mit dem Titel Das Handwerkszeug der Zauberstift angesehen? Du musst nur das Natzke, das dort geschrieben steht, entziffern. Natürlich spreche ich von dem Natzke-Text, der auch tatsächlich Teil der ursprünglichen Illustration ist. Alles andere ist vermutlich nur das Gekritzel eines gelangweilten Zauberlehrlings. Ähm, Edlerstoff. Äh, ich hasse einfach, wenn ich sortierte Schreibdinger. Achso, muss schon mal ein Natzzeichen rein. Verdammt. Edler. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das habe ich mir jetzt gar nicht so genau ausprobiert. Edlerstoff. Doof. Gut gemacht. Ja, wir Zauberer sollten stets Gewänder tragen, die aus den feinsten Stoffen gewebt werden. Meine bestehen aus einem Material, das vom Himmelsbaum selbst stammt. Was sagt ihr dazu? Echt? Dufte? Meine Klamotten sind aus Stoff vom Himmelsbaum. Äh, auch aus Stoff vom Himmelsbaum. So rum. Was? Aber nur Weiß darf Himmelsbaum Gewänder tragen. Du bist kein Weißer. Hm. Jetzt aber mal langsam, Zwergnase. Rieck dich ab. Die Klamotten haben wir von einer alten in der Boutique bekommen. Gratis, nicht wahr, Oli? Gratis? Du kleiner Glückspilz, du. Und von mir bekommst du auch gleich noch etwas Schönes. Immerhin hast du ja mein Rätsel gelöst. Hier. Damit haben wir, äh, den Zauber Flucht erhalten. Das ist wunderbar. Danke, Horatio. Pah, gern geschehen. Das ist das Mindeste, was ich für einen Möchtegernweisen tun kann. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, mich wieder auf den Weg zu machen. Ich glaube, ich werde mich, ähm, auf einem der vielen Schiffe verstecken, die in diesen Hafen einsteuern. Äh, schließlich kann mich niemand sehen. Bis bald, Oli. Ja, das nächste Mal sehen wir den hier quasi in Schweinfurt. Theoretisch sehen wir ihn nochmal dazwischen, aber das, äh, ja, wie soll ich sagen, das wird halt übersprungen quasi indirekt, weil wir da einen Zauberpflicht bekommen, könnte man so sagen. Gut, das wäre das von dieser Folge. Ich werde jetzt etwas Offscreen trainieren, glaube ich, beziehungsweise ich werde mal im Buch gucken, ob ich Offscreen trainiere. Wenn ich Offscreen trainiere, dann werde ich euch das sagen. Wenn nicht, dann geht es einfach in der nächsten Folge weiter. Ich speichere dementsprechend jetzt hier. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben ja wieder die 20 Minuten erreicht. Das ist immer so ungefähr die Zeit, die ich jetzt einhalten möchte für Nino Kuni. Also dann, bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut und tschüss. Das ist immer so ungefähr die Zeit, die ich jetzt einhalten möchte.